ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ach, noch ne Level-3er-Mission. Nimm das Geschicht, das machst du jetzt. Du bist schon eine Warte. Du bist irgendwie gerade behindert, ne? Was? Stimmt ja nicht. Ich hab ne Lüge. Oh, das war voll weit jetzt da hinzufahren. Bestimmt 50 Meter. Was? Wie willst du das denn machen? Muss jetzt echt darunter. Jetzt mal sterben. Nice one. Hä, wie immer jetzt? Das verstehst du noch nicht so ganz. Das verstehst du noch nicht so ganz. Das verstehst du noch nicht so ganz. Was denn? Was macht du denn gerade die ganze Zeit? Ja, ich hab halt kein Fahrzeug. Ja, da kommt trotzdem drüber. Komm ich nicht. Ich schaff den Sprung nicht. Ich schaff den Sprung nicht. Busch. Stimmt das voll schlau. Boah. Kommt was schon mehr fährt sich gewissen, ne? Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ah, cool, so eine Luftfonteination. Ja, wahrscheinlich. M-m-m. Die TunRead. Nein. Nein, Mama. Scheiße. und schon führst du wieder das ist voll schwer mit vollständig der Foto von aber das ist voll schwierig und einfach zu fahrzeugteleportieren muss ich immer so weit laufen 50 Meter die Geld für so kostet das ist der Hammer will sich verarschen das Fahrzeug steht doch hier du Bob ich habe mich jetzt gerade den Fahrzeugteleportiert wird hier stehen toll wo ich mich zu meinem Teleportieren wollte für mich verwerben er hat so ich weiß sogar schon was man hierher machen muss und du nicht wenn du Dinge aufnehmen aber das ist ein bisschen tricky weil du nämlich oh nein, 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 nein das ist kein Problem Habs es war einmal ein Mond ich komm nicht mehr hoch doch da erst mal rummeckern ich komm nicht mehr hoch das war so erinnert mich schon wieder ein bisschen an Scooter mit so komischen Gedicht wie macht der leser nur schaden das ist ja resistent Ohne Witz Boah ich glaub wenn ich den Gegner treffe dann krieg ich keinen Schaden davon Ohne Witz auf Auf nach Concordia Geschichten von Elfes Hör auf so viel Muni zu verschwenden ja Erstmal schön bei Springs abgeben Ohne Sektor 46er Sniper und Kriegst und Fertig Elektroschaden Ah ja schon ist genau anpassung bekommen Ja ich hab auch einige neue wieder Wo war nun mal der Automat Wo war nun mal der Automat? Das weißt du immer noch nicht Boah Karsten ey Hier Das weiß ich nämlich Hier bei mir Ich bin grad da Warte ich finde den auch ohne deine Hilfe Warte Guck mal sehen wo ich bin Fettes Pfeilchen What the fuck Fettes Pfeilchen nein Ich bin ultraviolett Was? Bis auch Bist auch lila? Ich bin fettes Pfeilchen Bist auch lila Violent Ja Cool Violent Ja ultraviolent Hier sollst es wirklich nicht violärend Violent 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 solves everything die zelle ist zu 11 11 11 5 11 11 9 6 finde dedris echo ok komm helfen wir mal ein bisschen achso wir müssen jetzt erstmal ein scavenger so siehts aus wo ist das denn hier das ist ganz schön weit weg cool ganz was hat als ob die mehr 6 piste nur 114 verkaufen tschüss 88 das ist das ist genau Karsten, hörst du mich noch? So, da sind wir wieder. Und trägt einen Mondstein. Oh, nice, danke. Bitte. Wo bin ich jetzt, wenn ich fragen, ne? Wir müssen hier in dem Umkreis ein Echo finden. Ach, schnitz, bei dir. Okay, das passt ja. Das ist gut. Schneller eben einen anderen Christen. Pop-Rennen. Hier ist auch so Fliegefiecher. Gefahrene Drecksautos. weiter die Christus wollen wir nicht wir wollen jetzt erst mal die haben aber es geht mit dem das ist viel geiler die Maske hat so die Schießung macht es von Multitask Geld, ich hab 3.000 Dollar. Nein, das ist nicht. Du hast ja auch gerade fette Waffen geholt. Stimmt. 1.000 Dollar, wie fast 1.100 Dollar. Wo ist das Echo jetzt? Ah, hier ist es eine Waffe. Missionsgegenstand. Oh, was soll die anderen? Soll, Sonnenerquist. I'm you bietenkern. Nee. Ich hab das Echo. Was? Ich hab grad voll ab befriedigt. Ich hab grad voll ab befriedigt.